Anmoderation, let's go! Was geht ab, man? Ich mach nie wieder die Anmoderation, das war das... Yo, Mächi! Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge GDH Online, meine Damen und Herren, hier mit dem Mächer und natürlich dem L-Curry Wurstow von und zu und mit und oben und unten Wurst. Wollte mitfahren. Markier mal eben. Heute ist... Ja, Curry, nehm ich mal mit, bevor dieser Hobbit da hinter uns wieder herkommt. Nee, schnell, schnell. Pass auf, der hat eine Habbombe, Curry, der schmeißt den Helikopter! Ey, Curry, lande mal. Lande einfach mal. Lande, lande, lande. Ey, der kommt wieder zurück, der kommt wieder zurück. Oh, fuck! Ahhhh, du Spastentrop, alle. Ey, der will mich auch abwerfen. Immer diese, diese... Hier, Curry, hinter dir. Dreh mal um, Curry, hinter dir. Immer diese Kamerageil-Spastis, ne? Die genau wissen, dass wir aufnehmen und dann nur uns umbringen wollen, damit sie dann im Video sind. Keine, keine. Das ist echt, das ist echt ne Schiefnung, Leute. Keine Kraftausdrücke mehr in unserem Let's Play-Format. Da musst du mal Dings, Minecraft Bad Wars im Livestream spielen, das ist auch geil. Schnell, schnell, komm rein, der Wichser wieder kommt hier. Boah. Okay, Curry, rastet aus. Ja, das ist ein Wichser. Okay. Ah! Das ist ein Wichser, Mann! Ich hab's doch gesehen, Mann. Ey, Julian, Mann, mit Y-O-O, Mann, wer hat dir diesen Namen gegeben? Scheiße, ey. Ganz ehrlich, als... Komm, Herr Curry, ich mach jetzt ultimative Kampfposition hier. Warte, ist denn jetzt los? Ja, okay, Curry, ich besorgen uns jetzt ein Auto. Alter, ohne Witz, ich fluche gleich auf Türkisch, Mann. Ja, mach mal, Alter. Du musst deine Fankurve, ne? Scheiße, Mann, ich muss eine Minute warten. Er kommt da wieder, pass auf, Curry. Ja, wo ist er denn? Wir ballern alles. Komm, Curry, wir halten das jetzt. Wo fährt er denn hin, Alter? Wir wollten uns Muni kaufen. Was hab ich nicht, Alter? Ey, das ist der gar nicht gewesen, Dennis. Hä? Guck mal hier. Jo, lass mal einsteigen. Hey, was machst du denn? RAAH! Junge, was ist hier los? Okay, komm, 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 komm. Lass mich rein, Curry. Steh, komm, komm. Ich kann nicht einsteigen, Mann. Ey, doch, doch. Du kannst doch. Es geht nicht. Fahr einfach, komm. Abgeschlossen, oder was? Ach, der hat nur mit Freunden. Der hat nur mit Freunden. Ah. Hast du gesehen, wie ich geflogen bin, oder? Weil das dem Fahrzeug einfach nichts ausmacht. Schreib mal, er soll für alle aufmachen. Mach mal für alle auf, da. Das Auto. Ne, Sürich, bitte für alle aufmachen. Können wir einsteigen, wir müssen uns retten, hier. Irgendwie, irgendwie. Was dir wieder los ist, weil geht ja online, Alter. Ganz ehrlich, ne? Hat sich nichts geändert in letzter Zeit. Ja, öffentliche Sitzung ist immer noch dasselbe. Du kannst echt nicht, du kannst echt knicken. Es kann ja nicht sein, der macht das Auto nicht auf. Ich werde abgeballert. Komm, Major. Komm, Major, komm mal zu mir. Ja. Okay, Leute, wir bauen ein Auto, dann einfach weg hier. Irgendwas, keine Ahnung. Wir müssen irgendwas tun. Ich kann nicht schießen. Wir wollen mich rein, Leute. Wir wollen mich rein, Leute. Wir wollen mich rein, Leute. Go, fahr rück als Major und ab in die Fahrt. Nimm ich mal mit Major, hier. Komm, 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 komm. Fahr runter, fahr runter, die Straße. Ne, du fährst in die andere Richtung. Egal, fahr, fahr einfach in Richtung Stadt. Ich komm nach. Achso, warte. Ah, du kannst ja eh nicht mal in mir einstellen. Ich rette dich, Mann. Ey, die fahren einfach mit. Hä? Alter, ich hab komplett die Übersicht verloren. Ey, da sind Leute auf mich, die schießen auf mich da oben. Ich halte ein Auto an, Mann, damit du einsteigen kannst. Du bleibst hier! Korriere da oben, helf mir mal. Da oben. Ich kann ja... Ich bin tot. Taten Skinner, hab mich umgebracht. Alter! 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 Also, wir wollten uns ja ursprünglich ausrüsten und für den nächsten Job bereit machen. Aber eben nicht. Ja, wenn das jetzt so weitergeht, dann gehen wir in eine geschlossene Crewsitzung einfach. Ja, weil das dann mit den Events ein bisschen... Events? Ein bisschen schwierig wird, ne? Ja, lass uns doch mal versuchen, eine Karre zu holen und jetzt abzuhauen, hier, Mann. Komm, ich hab ein Auto. Wir sind alle hyperaktiv. Okay, wir denken... Also, wir versuchen, jeder ein Auto zu bekommen, dann fahren wir einfach in die Stadt. Auch wenn es einzig ist. Okay, das ist der Plan. Ja, muss jetzt funktionieren. Boah! Boah! Ich hab ein Auto. Okay, hol mich mal ab, Körrieder. Und ich hab Polizei. Okay, Major, und ich hab auch ein Auto. Komm, Major. Ab in die Stadt. Check rein, Major, komm! Oh. Hä? So. Go, Jungs! Jo, hallo! Ach du Scheiße, was kommt denn da vorne alles an? Voll die Lichtshow. Woah! Okay, Major, anschnallen. Was geht los? Was macht der denn hier? Boah, nice move, ey. Kinkerig. Wir sind hinter dir. Alles klar. Straßensperre vor euch, pass auf. Give me some cover! Nächster Mann, wir ziehen durch, du Sack! Oh! Aufpassen! Heiß und fettig! Warte mal, wenn wir... Mann ey, ich kann eigentlich in die Cops nichts machen, ey. Ich kann eigentlich in die Cops nichts machen, ey. Das sind meine Bros. Okay. Ach shit. Ich hoffe, ich fahr den, der du fährst um Ammonation schon, ne? Ja, ich hoffe, ich finde eins, aber das dürfte nicht so schwierig sein. Ammonation! Nur da können wir nicht rein, wenn wir Sterne haben. Ich muss mal eine entfernt. Ich weiß, ich muss das mit dem Desing müssen wir noch fixen, ne? Ja, irgendwie seitdem bei den WC ist das ein bisschen krass. Also ich hab lange... Ich möchte gar nicht sterne weg haben. Okay, guck mal, jetzt sind wir schon mal in der Stadt. Jetzt können wir uns einfach in Ammonation suchen. Hier vorne ist einer. Komm, wir gehen da zu Fuß einmal hin. Komm mit. Ja. Der ist hier oben, hier oben. Komm, wir sind in Alter. Ich fahr auch mal ab. Oh! Längster freier Fall. Längster freier Fall? Oh, Alter! Das müssen wir mal machen. Alter, ab zum Flughafen, Jungs. Oh, jetzt. Erstmal Muni hol, oder? Warte, Distanz im freien Fall zurück, bevor du deinen Fallschirm öffnest. Guck mal, du musst also überleben. Also aufprallen lassen ist nicht. Okay, dann brauchen wir... Dann müssen wir zum Flughafen. Ja gut, Muni brauchst du ja nicht, ne? Eigentlich. Ja, aber generell kann ich nicht fahren. Komm, Major. Komm, komm, komm. Wir fahren zum Flughafen. Schlag ein, Major. Komm schnell, das sind Cops. Ja, Alter, ich muss fahren. Komm, 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 komm. Wir machen das Event und dann... Oh! Mach jemand in den Flughafen, Major. Und dann navigier mich. Ja, ja, warte, warte. Dann holen wir uns Munition. So, ist markiert. Hä? Ne, ich seh schon. Unten auf dem Symbol sind Flugzeuge und so. Ich kann nix markieren, Dennis. Ja, weil ich markiert habe. Scheiße. Ich kann's jetzt nicht rausnehmen, weil wenn jetzt stehen bleibt, ist nochmal tot. Oh, ich weiß auch ungefähr, wie ich fahren muss. Ich muss hier abfahren. Aber wir haben noch zwei Minuten. Achso, dann in zwei Minuten braucht man ein Helikopter. Flugzeug oder Helikopter. Ich weiß nicht, womit man höher kommt. Ja, warum stehst du? Ich fahr. Klar, voll Dasing, Mann. Fahr ich wieder bei dir? Ne, ne, du stehst hier. Ne, ne, ne. Ist das ernsthaft? Jetzt fliegen wir gegen die Wand, du stehst wieder. Was ist da denn los, Alter? Also, ich bin jetzt beim Flughafen. Ja, ich noch nicht. Soll ich euch abholen? Ich glaube, ich schaff das vielleicht gar nicht. Ja, wenn das geht. Boah. Ich werde von einem Jet verfolgt, ey. Okay, ab geht's. Die Leute sind so krass geworden in GTA, ne? Helikopter. Ja, komm, Alter. So ein richtiger Fickfehler, der Junge. Kannst du mich abholen, Curry? Ja, wenn ich einen Jet... Also, ich habe gleich einen Helikopter hier. Okay, du musst dich beeilen. Wie kriege ich eigentlich nicht meinen scheiß Helm wieder weg? Jetzt werde ich wieder überfahren. 3, 2, 1, doch nicht. Ja, gut, du musst ja nicht, wenn die Zeit abgelaufen ist, von mir kommen. Ich glaube, das ist egal. Das ist gerade so schön. Manchmal bereue ich es, dass ich nie mit Facecam aufnehme, ne? Okay, ihr müsst auf jeden Fall da irgendwie weg. Irgendwie in Sicherheit, wo ich euch in Ruhe abholen kann. Ja, kommt schon wieder ein Kampfschat auf mich zu. Wo ist der? Mensch, hat das Spiel verlassen. Mensch, hat das Spiel verlassen. Okay, Curry. Wo bist du, Mann? Noch 20 Sekunden. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Ich bin am Hafen. Rechts, 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 rechts von dir. Rechts. Genau, jetzt fliegst du genau auf mich zu, Mann. Beeil dich. 10 Sekunden. Ja, das ist ja egal. Glaube ich. Jo, Make-up, mach's gut, Mann. Fuck, Mann, egal. Jeder verlässt uns. Was das anhört, ne? Okay. So, bist du das da vorne jetzt, oder was? Nein! Ja. Nein! Was hast du gemacht? Ich habe auf die Karte geguckt. Oh, nein! Wie dumm war das denn? Okay, ich hole einen Helikopter. Ich rufe einen Helikopter. Ich rufe einfach einen. Das geht. Du, wie, Alter. Was ist du denn da? Wie dumm. Wie dumm. Wir haben 10 Minuten Zeit. Das ist doch easy. Okay, Mann. Das ist doch kein Problem für uns. Denn wir sind überlebensgültig. Oh, nein. Hier ballern schon wieder alle. Geil. Das ist schön. Ich habe mir auch einen Helikopter geholt. Ja, ja, mach du auch. Rudi auch einen. Das Problem ist, hier fliegt halt ein Jet rum, ne? Das ist ein bisschen... Ja, wenn du einmal in der Luft bist, und der dich irgendwie nicht auf dem Radar hat, dann könnte du das klappen. Was war das denn gerade? Geil. Okay, mein Helikopter ist da. Geil. Maryweather will ich für mich keinen Helikopter gehen. Dann komm zu mir rübergefahren, Curry. Guck mal, du bist gar nicht so weit weg von mir. Ähm. Ja gut, du bist da hinten auf der Straße. Kannst nicht zu mir fliegen. Ja, mach ich. Aber das ist wieder so ein Ding, Alter. Da werde ich bestimmt abgeknallt. Bei mir ist es gerade ruhig. Da ist niemand bei mir. Er landet doch. Hä, warum landet der denn nicht? Gibt es da kein Helikopter? Hallo Major, wie geht's man? Ja, klar. Ich schieße den Helikopterpiloten tot, weil er in Luft schwebt. Oh nein! Und dann ist der Helik geschrottet. Ja. Nice. Wir sind auf jeden Fall pros. Warte, ich fahre jetzt einfach zum Flughafen. Ah, es geht, es geht. Helikopter. Hast du ein Helikopter? Abholung per Hubschrauber. Dann hol du mich ab, wann komm. Du bist alles unterwegs. Nein, dann können wir wieder abholen. Gott, man weiß nicht. Was willst du, Mann? Was willst du? Mein Router hat sich einfach neu gestartet. Yo, geil, Michael. Yo, geil. Hä? Alter, die D-Sings sind aber echt krass. Ich schlag die ganze Zeit auf einen an. Da kommt ja nichts. Und Curry, kannst du mich abholen? Ja, der Helikopter ist gerade im Landeanflug. Ja, der Helikopter ist gerade im Landeanflug. Der beeil dich, Mann. Ja, wir haben noch über acht, also sieben Minuten haben wir noch. Wir müssen einfach in die Luft steigen und dann ist alles in den Wasser. Ich bin getötet, aber egal. Oha. I'm landing, sagt er. I'm landing. Okay, lande. Okay, er ist gelandet. Und los geht's. Boah, wie viel? Ah, was? 2326 Meter? Ja, gut. Jetzt bist du ganz nach oben. Ja, wir brauchen aber auch mindestens fünf Minuten, bis wir ganz nach oben sind. Ich muss dich beeilen. Bist du alleine? Ja, 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 schnell, schnell. Noch bin ich alleine. Aber da kommt jetzt gerade jemand auf die... Ich balle den weg, komm, 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 komm. Da ist er. Okay, Curry. Lande kurz und direkt wieder hoch. Ja, ja, ja. Go, go, go. Okay, hoch. Go, 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 go. Der kommt, der kommt. Okay, go, go, go. Einfach nach oben, einfach nach oben. Oh, Brücke, pass auf. Ja, ja. Ich, ich, ich... Du fliegst so hoch, wie du kannst. Ja, ja, das dauert aber ein bisschen. Okay. Wir haben noch sechs Minuten und vierzig. Wir müssen auf jeden Fall über Wasser fliegen, weil wir dann, selbst wenn wir später ein bisschen... Ich glaube, da haben wir mehr Chancen zu überleben. Ja. Genau. Sie ist gut eigentlich. Okay. Okay, wir haben auch gerade kein Kampfjet in der Nähe. Alles ist gut. 2329 Meter gilt es zu schlagen. Wir haben noch sechs Minuten. Das dürfte eigentlich reichen. Ja. Machst du hoch, bis die Kiste am Glühen ist, Alter. Bis die Kiste am Glühen ist. Ja, ja. Das wird ja angezeigt, bis man ganz oben ist. Okay. Ich hoffe, wir haben dann auch ein Fallschirm. Kannst du den mal anmachen? Ich halte den schon mal an. Ja, ich hab den. Achso, ich kann den ja im Inventar auswählen, ne? Fallschirm. Ich hoffe, ich bekomme gleich ein Fallschirm. Ja, aber ich hab... Du hast einen. Kann man... Wie... Weißt du wie weit wir hoch? Also ich kann das nicht sehen, wie hoch wir sind. Ne, das steht da leider auch nicht. Okay. Aber noch ist Zeit. Wir sind gerade mal auf der Hälfte. Ah, nice, Alter. Boah, wir müssen uns aber dann auch schaffen. Okay, einer hat 2400 Meter. Oh, guck mal. Also du darfst den Fallschirm wirklich ganz spät eröffnen, ne? Ganz ganz spät. Ja, am letzten Drücker, Alter. Wirklich am letzten Drücker. Ja, können die Leute mal in die Kommentare schreiben, was sie so geschafft haben. Einer wahrscheinlich wieder 15.000. Ja. Der war im Weltall. Bei GTA auf den Mond und dann ist er auf die Welt gesprungen. Felix Baumgartner. Okay, wir haben die Hälfte, hast du gesagt, ne? Ja. Etwas mehr jetzt. Mei Swift ist im Spiel Ball gedreht. Au, au, Major, au. Major ist zurück. Und wir sind in der Luft. Das ist so schön. Du musst ein bisschen weiter nach vorne fliegen, ne? Ich sehe es gerade. Es kann auch Regen gerade. Ja. Wie viel Abstand haben wir noch, Curry? Zwei Balken. Zwei kleine Balken. Okay. Sag, wenn es soweit ist. Alter, wir sind über der Wolken, Mann. Wir springen gleichzeitig raus, Curry, Mann. Wieso Bros? Es dauert noch. Es dauert noch. Es dauert noch ein bisschen. Okay, Mann. Werden wir den Rekord knacken? Ja oder na... Hä? Hat doch nicht gerade einer 2400 gehabt? Ist ja rausgeflogen. Ja, wahrscheinlich. Oh Mann. Wir sind jetzt bei 2300. Hä? Wir sind jetzt hier bei dem dritten Stich, meine ich. Was soll ich schon sagen? Hä? Boah, Alter. Voll das Gewitter. Alter, mein Controller vibriert sogar. Krass. Wir sind im Gewitter drin. Tja. Dann springen wir gleich durch. Das ist nice. Zweiter Balken. Gleich sind wir beim ersten Balken. Ja. Okay, wir haben noch vier Minuten. Alter Schwede. Alter Schwede. Das ist auf jeden Fall windig. Da hinten sehe ich den Mount Chilean. Ja. Nice. Auf jeden Fall nice. Boah, Alter. Ich würde sagen, ziehe runter von 300 und springen wir runter. Okay. Drei. Mit F springen wir raus. Drei. Zwei. Eins. Go. 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 Boah, Alter. Ich habe 50 Meter. 100 Meter. 100. Oh, schneller. Komm. 200. Wie geil das aussieht. 300. Nice. Ja, Curry. Du gleitest auch lang. Ich stehe dann Pimmel. Ich komme mal zu dir. Yo. 500 habe ich. Komm, 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 komm. 600. Wie viel hast du? Ich habe auch 600. Hallo. 700. Jetzt ist mein Versuch gleich Null. Ich fliege hier rum, Alter. Alter, was machst du denn da, Mann? Ich mache auch mal hier so. Wingsuit. Juuuuhu. Alter, wie du abgehst. Aaaaah. 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 Ich lasse lieber mal langsam. Dann kann ich genau den Moment abpassen, weil ich den falschen moment muss. So. 1600 habe ich. Ey, wie soll man das denn machen, Alter? Jetzt habe ich gleich 1800. Aber ich bin schon sehr nah dran. 1900. Alter, gehst du da gerade mit einer Rakete runter? Okay, wie viel hast du? Oh, fuck, Alter. Wie hat der denn 2500 geschafft? Boah. 2361. Ich habe 2324 geschafft. Alter, was haben die denn da für Jumps bitte abgelegt? Wahrscheinlich ist der mit der Hydra oder sowas ganz hoch geflogen. Ja, der hat den Schwung mitgenommen, ne? Ja, genau. Weil irgendwann wird man ja automatisch wieder runtergedrückt. Schade. Aber das Ding ist, wir machen das das erste Mal und für das nächste Mal weiß man das dann besser. Boah, ich bin auf Platz 13, Mann. Dann hat man eine Taktik. Hä? Hä? Meins wurde gar nicht gewertet. Ja, warum das denn? Dein Rekord Null. Hä? Ernsthaft? Bei dir auch? Ey, bei mir steht gerade ein aktueller Versuch, das wurde alles, das stand da noch, aber jetzt ist das weg. Was ist das denn? Toll, jetzt bin ich im Wasser umsonst oder was? Da kommt unser Helikopter runter. Hä, wo? Er ist gerade schon aufgepeilt. So, geil. Ja, geil. Toll. Na cool, hier ist ein Ampire, der mir Waffen geben will, ey. Ich tauche hier. Was war das denn? Oh, das Rums. Ein bisschen Curry. Ja, da, ich bin noch unter Wasser. Ich lass mich gerade ersaufen. Wie ein richtiger Mann. Nee, komm doch jetzt hier rüber geschwommen, Mann. Ja, weiß wie lange das dauert. Egal. Guck mal, da ist der Helikopter. Okay, ich geh wieder hoch. Warten auf dich, Mann. Wie weit bist du? Oh, ich bin ins Wasser gesprungen. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Ich werde sterben, Dennis. Ja, ich bin tot. Das ist der härteste Tag in deinem Leben, Curry. Auf jeden Fall warte ich jetzt noch die Minute ab, um zu gucken. Ja. Ob das vielleicht nur back ist oder so. Aber ich bin jetzt bei euch. Ja, guck mal, hier ist ein G-Man, hier ist ein Biffy, Alter. Echt? Ja, hier ist ein Biffy, Mann. Geil. Ja. Ich glaube, man hätte, ähm, bevor du deinen Fallschirm öffnest. Nee, das war schon alles richtig. Nee, also vielleicht zieht das nicht beim Wasser. Aber ich verstehe nicht warum. Ah, dann müssten ja, guck mal. Dann müssten ja alle. Ups. Also das war Ecke. Guck mal, die haben alle Null. Außer die vier. Ja, wirklich alle Null. Hä, was ist das denn, ist ein Bug? Oh, fuck. Schön endlich mal. Kommt einer mit dem Helikopter da oben. Jetzt kommen sie alle an. Der war Kyria, hat der gesagt. Schön. Schön hier. Ja, ne? So, pass auf. Sieben Sekunden sechs. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich auch. 2.000. Ja, Null. Hä? Was ist das denn? Das wollte ich mal verstehe ich das nicht. Hey! Das war ein Mann und mach das mit. Ich nehme die Valküre und flieg weg. Okay, komm ich flieg mit. Wir haben ja noch vier Plätze. Also drei Plätze. Also drei Plätze. Lässt mir rein da. Geh Co-Pilot. Was eigentlich mit Mager bist du da? Los Curry. Alles klar. Ja! Alter, hast du dich gerade umgepallert? Der ist mit, der hat uns nicht. Da oben. Da oben. Kommt der Chat. Hu! Oh, oh. Verfehlt, Mann. Alter, wir müssen nicht weg. Das haben wir noch nie weiß. Wir holen uns den. Wie wollen wir uns den denn holen, Mann? Dreh um, Curry. Dreh jetzt um, dreh jetzt um. Weiter, 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 weiter. Frontalkurs, komm. Alles oder nichts. Bleib so. Komm her, du Loser. Nein, der hat keine Chance gegen uns, Mann. Der haut ab. Flieg mal zu dir hin, Curry. Der hat keine Chance gegen uns. Der hat ferngesteurte Raketen. Egal, wir machen den Platt, Mann. Jetzt alles oder nichts. Ich geh dir allein mit Currywurst und dem Major. Und eine fliegt vorhandene Brunzel. Ja, Mann, der hat keine Chance gegen uns. Weil sie erst unter Beschuss nehmen und dann wegfliegen, oder was? Fliegt hinterher, fliegt hinterher. Was soll ihr schreien? Jetzt rei ich ja mal aus hier. Den holen wir uns, Mann. Fliegt hinterher, fliegt hinterher. Mua! Der fliegt jetzt weiter, der fliegt kalt weg. Was ist denn da unten los, Alter? Action. Alles Rote. Da ist er. Okay, komm. Fang ihn ab, fang ihn ab. Gebäude. Geh. Gib ihm. Yo, yo, yo. Der qualmt schon. Voraus, voraus, voraus. Komm her, du Arsch. Du musst uns anvisieren, Mann. Nix da, mein Freund. Dreh um, dreh um. Oh, oh. Wo ist er, wo ist er? Da vorne, geradeaus, geradeaus. Wir machen den Jet Platt, Mann. Der landet da unten, oder? Oh, der ist unter der Brücke durchgeflogen. Alter, noch eine Brücke. Das ist ja krass. Hä? Von wem werden wir denn jetzt anvisiert? Von wem werden wir denn jetzt anvisiert? Hä? Wo denn? Da kam noch einer. Aber noch ein Jet? Hä, aber wo? Ne, da war kein Jet. Le Detla. Ach, klar wünsch ich mir so eine Killcamber-GTA, Mann. Le Detla. Warte mal, den müsste man ja eigentlich auf der Karte sehen. Also wenn man den jetzt nicht sieht, ne? Wo ist der denn? Ne, der... Ne, der fliegt nicht, der... Ich glaub der fährt oder so. Der hat uns... Der hat uns bestimmt mit der Lenkakete abgeballert. Na nice. Das kann sein. Ja, auf jeden Fall war das eine neue Folge GTA Online. Die nächste Episode gibt's dann übermorgen, meine Damen und Herren. Ich würd mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und mal ein anderes Random Event, wie der Curry immer gesagt, stattfindet. Macht ein Däumchen hoch und schaut mal beim Major vorbei, beim Curry. Und natürlich bei einem halbanwesenden Bonze. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode. Curry hat einen kleinen Pipi, Mann. Ey, der stehen kann. Pass mal auf, Mann. Was denn? Was denn, Curry? Ach, ich wollt grad fragen, ob du ein Sniper-Duell haben willst. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020